Guten Morgen Yogi, schön, dass du da bist. Nimm dir noch einen Moment Zeit, auf der Matte anzukommen. Gehne nochmal, streck dich, lacke Handgelenke an Schultern. Wenn du dich heute schon gut aufgewärmt hast, dich bereit für eine dynamische Yoga-Praxis fühlst, komm ins vordere Drittel deiner Matte. Atme nur mit tief durch die Nase ein und aus. Mit der nächsten Einatmung hebe die Hände über die Seite hoch in den Berg. Ausatmen, aus der Hüfte komm in die Vorbeuge. Einatmen in den geraden Rücken. Aus, Planke, lass dir Zeit. Ein, komm direkt in die seitliche Planke. Ausatmen, zieh den Fuß auf den Oberschenkel hoch. Einatmen, streck das Bein lang in die Luft. Ausatmen, setz es hinter dir auf der Matte an. Einatmen, zeichne einen weiten Kreis. Ausatmen, ohne Hand und Fuß abzustellen. Komm vor und mit der nächsten Einatmung hoch in den Krieger 1. Ausatmen, Krieger 2. Einatmen, lehn dich zurück. Reverse Warrior. Ausatmen, Krieger 2. Einatmen, zurück zu Krieger 1. Lehn den Oberkörper ein Stück vor, aus. Einatmen, lass das hintere Bein hoch schweben, Krieger 3. Mach dich klein, atme vollständig aus. Mal wieder ein, hebe die Hände über die Seite hoch, Krieger 3. Ausatmen, Vorbeuge, lass das Bein nur schweben. Komm mit der nächsten Einatmung in den Halbmond. Ausatmen, mach dich hier nochmal klein. Einatmen, greif das Sprunggelenk. Binde deinen Halbmond. Komm hier in eine sanfte Rückbeuge. Zieh das Schambein dabei hoch, sodass du aus dem Brustbein dich zurücklehnt. Und nicht aus der Lendenwirbelsäule. Löse das Bein, bring alles in Zeitlupe wieder zurück zur Matte. Komm nochmal ein in den geraden Rücken hoch. Ausatmen, führ die andere Seite Planke. Öffne dich hier wieder zur Seite, seitliche Planke. Einatmen, zieh das Bein hoch, schieb die Taille hoch. Streck das Bein nach oben ein. Ausatmen, stelle es hinter dir ab. Senke das Gesäß ab. Einatmen, zeichne einen weiten Kreis, walk in. Ausatmen, bring das Bein nach vor für den Sprunggelenk. Einatmen, zieh weg, Krieger 1. Ausatmen, Krieger 2. Lehn dich zurück. Reverse Warrior. Ausatmen, Krieger 2. Ein, Krieger 1. Ausatmen, lehn dich nach vor. Gewicht in das Stadtbein. Einatmen, fliege in den Kriegerpark. Ausatmen, form ein kleines Päckchen. Einatmen, hebe die Hände über die Seite hoch. Ausatmen, Vorbeuge, ohne das Bein abzusetzen. Einatmen, direkt hoch innen halten. Halte dein stabiles Fundament. Ausatmen, ausatmen, mach dich wieder klein. Einatmen, öffne dich. Genieß es, hier die Körpervorderseite zu lenken. Soll sich gut anfühlen. Kraftvoll und stabil. Und genauso löst du die Position wieder auf. Mit beide Beine zur Matte, hebst dich in den geraden Päckchen. Und ausatmen, steigst du nochmal in die Plänke. Kommt von hier in eine Welle in die Kobra. Spür Wirbel für Wirbel. Mit der nächsten Ausatmung, komm von hier wieder in den herabschauenden Hund. Halte hier noch für einen tiefen Atemzug. Und in deinem Tempo schließe deine Praxis. Und wenn du die Knie absetzt, und zwischen was du noch findest. Danke dir. Namaste. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir.